Hallo liebe YouTube-Gemeinde, hallo auch liebe Audio-Durchsee-Gemeinde, hier wieder eine kurze Wortmeldung zum Mittwoch, diesmal leider ein klein wenig später, es tut mir leid, ich war privat verhindert, musste also zur Bürozeit einige Dinge klären, ja, deswegen sorry, nichtsdestotrotz passt vielleicht ganz gut, denn am Nachmittag wurde ja verkündet, dass das Kabinett schärfere Corona-Regeln für den jetzt kommenden Herbst und Winter beschlossen hat, so können sich jetzt eben auch die Länder eines breiten Instrumentariums an Maßnahmen bedienen, um uns alle vor dem kommenden, ja, vor der kommenden Katastrophe zu bewahren, Ja, im Rest der Welt scheint man da etwas unvorsichtiger zu sein, also im Rest der Welt nimmt man dieses Virus nicht mehr so ernst wie hier, da kann man vom Glück reden, dass wir so besorgte, um uns besorgte Politiker haben, die sich für uns einsetzen, die sich für unsere Gesundheit einsetzen, die sich für das Fortbestehen dieses Landes einsetzen, die merken schon, ich meine das alles jetzt gar nicht so ernst, ja, und was soll man dazu sagen, Damit dürfte der heiße Herbst und der Wutwinter wohl besiegelt sein. Da braut sich etwas zusammen, was man sich kaum vorstellen kann. Also ich hatte ja noch die in Anführungsstrichen Hoffnung, dass dieser Entwurf des Infektionsschutzgesetzes vielleicht an der Opposition scheitert, Vielleicht auch an einigen Stimmen in den Regierungsparteien, die da nicht mitmachen werden. Ja, dem ist leider nicht so gewesen, also man war da doch relativ geschlossen und hat sich dafür entschieden, jetzt dieses Maßnahmenpaket zur Anwendung zu bringen. Ja, und wie schon gesagt, der heiße Herbst und der Wutwinter scheinen damit besiegelte Sache zu sein. Also wenn wir uns jetzt vor Augen führen, was da jetzt eigentlich in Kombination auf uns zukommt, eben wie gesagt, Die Corona-Regeln auf der einen Seite, die Energiekrise auf der anderen Seite und die, naja, weiter angeheizte Inflation, das ist schon eine Menge, was man den Menschen hierzulande jetzt zumutet. Und ja, da fragt man sich ja schon, ob da nicht eine gewisse Absicht dahinter steckt, dass die Leute auch wirklich alle auf die Straße gehen. Ja, und da möchte ich an dieser Stelle vielleicht nochmal auf meine gestrige Sendung Bezug nehmen. Sie haben ja mitgekriegt, dass ich auf diesen einen Telegram-Kanal verwiesen habe und so wie ich es beobachtet habe, haben tatsächlich auch sehr, sehr viele Leute, also einige hundert, wenn ich das richtig sehe, diesen Kanal auch abonniert. Und auf diesem Kanal sind Sie dann, wie gesagt, relativ oft, relativ gut auf dem Laufenden, was eben Veranstaltungen angeht, was eben Demonstrationen angeht, was Spaziergänge angeht. Ja, und ich kann Ihnen, wie gesagt, nur empfehlen, melden Sie sich da an, das kostet kein Geld, das kostet auch kaum Mühe. Also Sie müssen sich, wie gesagt, Telegram, also einen Telegram-Account zulegen und wie gesagt, diesen Kanal dann abonnieren und dann werden Sie halt im Minutentakt quasi über neue Veranstaltungen informiert. Ja, und wir sehen an dieser Stelle, Telegram kann da schon einiges bewegen und das hat ja auch im letzten Winter sehr, sehr viel bewegt. Also ohne Telegram wären wahrscheinlich diese vielen, vielen Spaziergänge so gar nicht zustande gekommen. Also da gab es ja wirklich fast in jeder Stadt eine entsprechende Gruppe, die sich da gebildet hat, die dann eben auch zu diesen Veranstaltungen aufgerufen hat. Ja, und ich kann Ihnen halt nur empfehlen, Ihnen bleibt nicht mehr viel, außer eben sich solchen Veranstaltungen anzuschließen. Und am Ende kommt es dann wirklich auf jeden Einzelnen an, der dann auf die Straße geht und seine Stimme eben erhebt, gegen das, was man uns hier zumutet. Und das ist, wie schon gesagt, ich denke, eine ganze Menge. Ja, in diesem Sinne, ich denke, ich werde diesen Telegram-Kanal auch in diesem Video wieder im ersten Kommentar unter diesem Video verlinken. Und ja, ich habe es gestern leider Gottes vergessen, aber Sie wissen ja, also die Leute, die dieses Format hier regelmäßig verfolgen, ich bin immer noch, naja, wie soll ich sagen, ich bin immer noch bestrebt, einer der größten Schlagerstars dieser Republik zu werden. Und damit das auch Wirklichkeit werden wird, bitte ich Sie, sich dieses Video hier und dieses Video hier anzugucken und es möglichst breit zu verteilen. Also senden Sie es weiter, schicken Sie es Freunden, klicken Sie es 3, 4, 5, 20 mal an. In diesem Sinne, machen Sie es gut, bis demnächst und tschüss. In diesem Sinne, machen Sie es gut, bis demnächst.